ja guten tag heute mal was anderes oben in ayagores ich bin heute oben am wandern hier sind bekannte von fischen aber gibt eigentlich nicht viel von fische das ist der stausee und nach diesem regen hat es eigentlich schon einiges wasser da rein gemacht hier oben wohnen auch leute ist einfach nur herrlich das ist der obere stausee dann gibt es der untere und ja unten ist dann ayagores wo man über monte leon zurück kann ist eigentlich noch 15 kilometer von playa de ingles und einfach herrlich wenn man die ruhe will muss man hier sich einquartieren kann man auch zimmer mieten gibt es leute die mieten hier zimmer ja und so eigentlich mache ich meine wand dazu weiter in allen schönen tag hasta la vista ciao ciao